In dem Sinne finde ich es manchmal ironisch, aber hilfreich, dass die meisten von uns in irgendeiner Form denken, dass die Gesellschaft etwas gegen uns hat. Gerade die Voka-progressive-Cancel-Kultur, die ja eigentlich eine sehr, sehr laute Minderheit ist, nicht die Mehrheit ist. Im Q&A zu dem Gespräch, Voka-Irrsinn oder legitime Anliegen, Aussage aus dem Kulturkampf, kam eine faszinierende Frage, die den Spieß umgedreht hat. Ist das Jammern über Cancel-Culture nicht auch eine woke-Opfer-Mentalität? Hören wir jetzt gleich rein, was die beiden dazu zu sagen haben. Das ganze Gespräch findet ihr in der Beschreibungsbox verlinkt. Ja. Ja, deswegen, ich würde hoffen, dass wir auch nicht nur heute das demonstriert haben, dass wir uns darüber beschweren und sozusagen dieses Woke-Bashing betreiben und alles schlecht machen, was damit zu tun hat, sondern ich hoffe auch, dass ich genug auf den Wert der Grundideen hingewiesen habe und dass dieser Kampf unfassbar wichtig ist für Gleichstellung, Gleichberechtigung für alle Menschen. Und deswegen ist es damit nicht getan, dass wir es mit dem Finger drauf zeigen und sagen, die blöden Wokeys, die machen uns alles kaputt. Und wie gesagt, ich spreche immer wieder von diesem Strom an, den viele im Kopf haben, die eben dieses Woke-Bashing betreiben, dass es wirklich haufenweise nur irrationale, realitätsfremde Menschen sind, die einfach nur irgendwie alles kaputt machen wollen, was irgendwie über Jahre Bestand hatte und funktioniert hat und alle Werte ruinieren möchten. Ich bezweifle, dass es den meisten darum geht, zumindest nicht den stilleren Vertretern einer extremeren Ausbringung. Wenn wir jetzt einfach nur von einer gemäßigten Linken, von einer klassischen Linken sprechen, dann ist das einfach überhaupt nicht der Fall, so wie ich es wahrnehme. Und deswegen müssen wir aufhören, in diesem Muster zu denken, nur überall das Feindbild zu sehen und wirklich den schlechtesten Fall des Vertreters einer gewissen Richtung. Und wenn wir das anerkennen, dann können wir auch wieder auf die zugehen und mit denen sprechen und merken, dass wir die gleichen Ziele verfolgen in großen Teilen. Und so kann es wieder konstruktiv werden. Und wenn wir jetzt dabei aber stehen geblieben wären und gesagt hätten, so sind die alle und so denken die alle und die machen alle alles kaputt, aber wir können nichts machen, die canceln uns, wenn wir es sagen, dann wäre es tatsächlich so die klassische Opferrolle, die wir auch dort anprangern würden und dann wäre es doppelmoralistisch. Und ich hoffe, das haben wir heute hier nicht demonstriert und ich würde es auch bezweifeln. Also die Fragen sind wirklich dann nicht einfach bei euch. Super. Ich glaube, also die Gefahr könnte bestehen, wenn wir sagen würden, die haben uns gecancelt, die canceln wir jetzt auch. Ja, das wäre nämlich theoretisch möglich und es ist eigentlich immer eine Frage, wer hat zumindest im veröffentlichten Dialog die Mehrheit, weil nur die können canceln. Und wer gecancelt wird heute, ist ja in einer gewissen Weise im veröffentlichten Dialog eine Minderheit, nicht wenn man die schweigende Mehrheit mitrechnet. Darum sage ich ja, bitte sagt es was. Also der eine Unterschied ist, nicht die gleichen Mittel anwenden und ich glaube, wir haben heute auch in unserem Gespräch gezeigt, dass wir nicht die gleichen Mittel anwenden wollen. Das ist ein Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, ich kann das für mich sagen, ich meine, es ist für uns alle hier richtig, also ich habe schon einen ehrlichen Wunsch zu verstehen, was der andere denkt und dann eine Lösung zu finden. Und ich glaube nicht, dass das die, die wirklich canceln, dass die das haben. Weil wenn zum Beispiel jetzt eine Biologie-Professorin auf einer deutschen Uni nicht reden darf, ihr kennt das Beispiel, oder? Die glaubt halt an die Zweigeschlechtlichkeit, die übrigens biologisch absolut bewiesen ist. Absolut bewiesen, da gibt es keinen Zweifel. Und darüber eine Lehrveranstaltung und die wurde so gecancelt, dass sie komplett ruiniert ist, menschlich, beruflich. Und da sage ich, also, Entschuldigung, erstens würde uns das nie einfallen, so etwas zu machen. Und der Satz, um den es der Cancel Culture geht, nämlich die Meinung, die ich nicht teile, muss weg, ist ein Satz, den ich nicht unterschreiben würde. Und hier ist der Unterschied. Und wenn jemand gecancelt wird, dessen Meinung ich nicht teile, dann hoffe ich, dass ich ihn gleichermaßen unterstützen würde. Das ist, warum man es nicht gleichsetzen kann. Ich muss einmal sagen, dass ich das Ja von Matthias sehr, sehr erfrischend und ehrlich fand. Danke dafür, Matthias. Weil ich finde, schon in unserer postmodernen Kultur, also es ist immer so leicht, quasi auf die anderen hinzuhauen, aber in unserer postmodernen Kultur, ich glaube, wir verpassen, wie intuitiv diese Opferkarte für viele von uns ist. Also auch die Anti-Woken sind eigentlich absolut diese Opfermentalitätskarte, und sagen sich dann immer als die Unterdrückten von einer Woken-Mehrheit, die sich wiederum unterdrückt. Und ich finde das schon wichtig, einfach, dass es so, in einem anderen Video hat der Matthias ja auch gesprochen, diese Biases, die wir haben, ich glaube, das ist eine kognitive Biase, eine kognitive Verzerrung, die wir haben, dass wir denken, immer, dass wir unterdrückt sind, weil wir so stark nach dieser Rechtfertigung daraus suchen, dass wir Opfer sind. Und deswegen die Frage an dich vielleicht, Hanna, wie können wir dieser Opfermentalität, die so intuitiv vielleicht für viele von uns kommt, entkommen, oder sollen wir das überhaupt entkommen? Vielleicht ist es auch die richtige Hermeneutik. Was denkst du, Hanna? Ja, also ich fand den Gedanken, den du jetzt gerade gesagt hast, es ist auch sehr hilfreich, dass wir sehr schnell und sehr intuitiv uns irgendwie als Opfer wahrnehmen können, oder uns so wahrnehmen können, dass uns Unrecht getan wird. Und ich finde, auf einer individuellen, persönlichen Ebene, jeder sehnt sich so nach Anerkennung und nach Liebe. Und für mich war ein großer Aha-Moment. Und viele Christen fühlen sich von der Mehrheitsgesellschaft irgendwie bedrängt und unterdrückt, was das Thema LGBTQ zum Beispiel angeht. Und haben irgendwie so da den Blick, okay, wir sind da die Opfer und wir sind da die Unterdrückten. Und ich habe das Beispiel schon mal genannt in einem anderen Profundum-Video, aber ich bin mal mit dem Zug zu meinen Eltern nach Hause in den Pinskau gefahren und bin da und war mit einer Gruppe von Jugendlichen im selben Zug, die von der Pride Parade in Salzburg gekommen sind. Und sie hatten Regenbogenflaggen sich auf die Wangen gemalt. Und bevor wir in den letzten Zug eingestiegen sind, mit dem wir wirklich tief in den Pinskau reingefahren sind, haben sie sich das abgewaschen und haben gesagt, okay, damit trauen wir uns nicht, in den Pinskau zu fahren, weil uns da jemand vielleicht, keine Ahnung, blöd anreden könnte. Aber sie haben sich, natürlich fühlen sich Mitglieder der LGBTQ-Community auch als Opfer. Das ist jetzt nicht neue Information, aber für mich war es trotzdem als Christin wichtig zu sehen, um ihnen gegenüber auch noch mal Empathie zu haben und zu sagen, okay, sie empfinden es ehrlich so, dass irgendwo auch die Gesellschaft etwas gegen sie hat. Und ich glaube, in dem Sinne finde ich es manchmal ironisch, aber hilfreich, dass die meisten von uns in irgendeiner Form denken, dass die Gesellschaft etwas gegen uns hat. Ich finde, du hast das auf den Punkt gebracht gerade, was die Gudrun auch gesagt hat, was ich super hilfreich fand bei der Gudrun. Und gleichzeitig hast du auch, wenn du die Antwort von der Gudrun zuhörst, sie macht das ja auch in der Antwort. Also wenn die Gudrun sagt, canceln können nur die anderen, unterdrücken können nur die anderen, dann ist das ja eigentlich ein kulturmarxistischer, postmoderner Zugang zu sagen, ah, die Mehrheit unterdrückt mich und ich als Minderheit bin jetzt unterdrückt, sondern in der Realität glaube ich, das wäre jetzt zu meinem Gefühl, dass gerade die woke, progressive Cancel-Kultur ja eigentlich eine sehr, sehr laute Minderheit ist, nicht die Mehrheit ist. Also gerade deswegen wird sie ja auch viel kritisiert und ist ja auch umkämpft. Also ich glaube, von dem her, ich glaube, du sagst, das ist sehr, sehr intuitiv und wir sehen nicht, dass sich die anderen auch unterdrückt fühlen. Und ich glaube, wenn wir mal rauskommen aus diesem Unterdrücktheits-Bingo, wo wir uns alle ständig von allen anderen unterdrückt fühlen, wenn wir vielleicht ins Licht treten mit all unseren Schwächen und Mängeln, dann könnten wir vielleicht auch sehen, dass der andere uns auch hilft. Und deswegen fand ich das so wichtig, was die Gudrun gesagt hat, den ehrlichen Wunsch zu verstehen, was der andere denkt, eben diese Möglichkeit von Empathie. Du hast jetzt auch das Wort Empathie verwendet. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich die Lösung, um das zu umgehen, zu sagen, warte mal, der andere ist vielleicht gar nicht darauf aus, mich zu zerstören und zu canceln, sondern der andere fühlt sich von mir bedroht, ich fühle mich von ihm bedroht. Und wenn wir beide ans Licht treten und aufhören, aus dieser Kampfpose rauszukommen, dann wäre das vielleicht auch die Lösung. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wir beide glauben ja an einen Retter, der das durchaus gemacht hat, also der ja nicht diese Opfermentalität eingenommen hat, sich opfern hat lassen als Zeichen des Sieges und der quasi für die Feinde gebetet hat, nicht die Feinde geflucht hat. Ja. Also Jesus ist die Lösung, oder? Ja. Behaupten wir jetzt einmal. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt uns das in den Kommentar und schreibt uns einmal in, wo ihr euch als Opfer einer Gesellschaft seht und wo ihr vielleicht auch sagen würdet, vielleicht wäre es hilfreich, aus dieser Opfermentalität herauszukommen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören und Zuschauen. Ich hoffe, dass dir dieser Inhalt gefallen hat, dass er neue, spannende Fragen, neue, spannende Ideen bei dir angeregt hat. Wenn dir der Inhalt gefallen hat, dann teile ihn doch mit anderen, die auch diese spannenden und anregenden Gedanken und Fragen hören sollten, darüber nachdenken sollen. Und hinterlasse uns ein Like. Wenn du noch Einwände hast oder dir noch Fragen eingefallen sind, dann schreib uns doch auf YouTube einen Kommentar oder per E-Mail an profundum.campusaustria.at Wir würden uns freuen, auch in Zukunft mit dir in Kontakt bleiben zu können. Wenn du mehr von Profundum, was wir tun, was wir machen, was bei uns passiert, hören möchtest, dann abonniere doch den Newsletter. Du findest den Link dazu in der Beschreibungsbox oder auf unserer Homepage. Profundum ist ein Teil von Campus für Christus und ein spendenfinanziertes Projekt. Wenn du gerne mehr solche Inhalte sehen möchtest, freuen wir uns, wenn du uns finanziell unterstützt. Die nötige Information dazu findest du hier im Video eingeblendet oder in der Beschreibungsbox unten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.